Musik Heute waren wir auf Skitour mit einem unserer Lieferanten, dem Schafbauern Markus Werther. Markus hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, wo wir heute waren. Genau, also wir sind von Senjas aus mit dem Zug Chamot bis zum Oberalppass. Vom Oberalppass sind wir rüber, wir haben so bis Meigelsertal traversiert vom Oberalppass und dann sind wir Richtung Tomasee hochgelaufen und dann weiter nach oben Rostboden, links bis zum Rostbodenstock hochgelaufen. Wunderbar. Ist das ein Gebiet, wo du öfters unterwegs bist? Nicht so viel. Ich finde es ein sehr schönes Gebiet zum Touren machen, aber es gibt noch andere. Ich kenne, wir haben hier gerade diesen Tiest, der Wegschad auch so selber, sehr viele Möglichkeiten. Ich kann das auch sehr von meinem Schafstall aus in viele Richtungen ablaufen. Genau, also mit einer deiner größten Leidenschaften ist ja das Skitouren gehen. Dein Hauptberuf ist aber etwas anderes. Genau. Was kannst du uns dazu sagen? Also, ich habe zu Hause einen Landwirtschaftsbetrieb und das alles nur mit Schafen und ja, das gefällt mir gut, mit den Schafen zu arbeiten. Wie viele Schafe hast du denn? Ja, jetzt sind es 180 Mutterschafe und so 140 Lämmer. Ein Paar sind bald schlachtreif und ja, die letzte Zeit haben wir auch viel Geburten gehabt. Also es hält sich immer die Waage ungefähr. Genau. Und seit wann machst du das? Ich mache das eigentlich seit ich eigentlich 24 Jahre alt bin und dieses Jahr werde ich 60. Ja, es sind dann 36 Jahre, wo ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Spannend. Kannst du vielleicht ein bisschen was zur Schafhaltung im Jahresablauf erzählen? Was sind so die wichtigsten Stationen, die die Schafe im Jahr erleben oder erleben dürfen? Ja. Genau, also ich kann vielleicht gerade jetzt sagen, jetzt sind sie im Stall, jetzt habe ich allen Klauen geschnitten und jetzt denke ich, dass ich drei Wochen sie noch füttern muss und dann kommt dann Frühling, dass ich zuerst meine Wiesen arbeiten kann und sobald dann die Almende, das heißt die Weide dann bereit ist, dann schaue ich dann, dass der Schaf hier kommt und sie dann hüttet so einen Monat lang auf so Almende. Das ist so Weide, wo der Gemeinde gehört, wo wir eigentlich arbeiten und so … Das ist noch relativ nahe am Tal. Am Tal, genau. Und das würde dann mit der Zeit einwachsen, wenn wir mit den Schafen nicht arbeiten würden. Und dann so, sobald die Vegetation auf der Alp dann anfängt, dann laufen wir dann mit der Härte auf der Alp und ich habe das Gefühl, wenn die Schafe auf der Alp sind, das ist eigentlich, das sind die Schafe am glücklichsten. Und der Bauer ist einfach unten am Heuen, dass er dann wieder Futter für den Winter hat. Das heißt, im Winter sind die Schafe bei dir am Hof? Genau. Ab September, Oktober? Ich würde sagen, von Mitte Oktober sind die Schafe dann bei mir. Und dann weide ich noch das letzte ab, bevor der Schnee dann kommt. Und dann füttet dann mit dem Futter, mit dem eigenen Futter, wo ich im Sommer reingebracht habe. Das muss dann für den Winter langen. Und da sind so fast die Hälfte vom Futter ist ein Öko-Heu. Das heißt, du bist ein biologisch zertifizierter Betrieb? Genau. Ich habe einen Biobetrieb und mache viele Wiesen, sind dann unter Biodiversität und Landwirtschaftsqualität. Also ich muss, ich habe mit dem Bund sehr viele Verträge abgeschlossen. Für jede Wiese fast einen Vertrag abgeschlossen. Das ist das Einhalt zum Beispiel, dass ich den Schnittzeitpunkt einhalte. Also sehr viele Wiesen fange ich erst am 15. Juli an zu mähen, dass die Blumen alles sich aussehen kann. Das ist dann ein Stichwort Biodiversität? Das ist Biodiversität, ja. Und mit der Landwirtschaftsqualität erhalten wir zum Beispiel so Trockenmauer und solche Sachen. Wir schauen auch, dass die Gebüsche nicht zu weit heraus wachsen und so. Das geht auch unter Landwirtschaftsqualität. Und ich dünge natürlich meine Öko-Wiesen überhaupt nicht. und die fette Wiesen, wo ich in der Nähe vom Stahl werde, natürlich genug mit meinen eigenen, also mit dem Mist von den Schafen. Also ich kaufe keinen Dünger dazu. Alles ohne, ja. So naturnahe wie möglich. Und ich finde, wir sind auch auf einer Höhe, dass die Alpung Sinn macht. Weil da sind sie weg vom Betrieb. Und wenn sie ziemlich hoch, das sieht man erst, wenn sie runterkommen, muss man nur die Wolle, die sie haben, anschauen. Wunderschöne Wolle. Ja, das bringt mich zum nächsten Stichwort. Was natürlich für uns besonders wichtig ist von der Lavalan Seite, ist die Wolle und auch die Wollqualität. Was für Maßnahmen ergreifst du, um eine konsistente und saubere Wollqualität zu gewährleisten? Also ich muss sagen, wenn sie auf der Alp sind, die sind ja von 2.000 gehen sie bis auf 3.000. Da muss man eigentlich gar nichts machen. Sie sind immer draußen, es regnet, es schneit auch manchmal, viel Sonne. Also dieses raue Klima oben auf der Alp beeinflusst auch das Wollwachstum? Ja, ich denke, so wächst ein bisschen mehr, weil es gibt Tage, wo sie auch die Wärme auf der Wolle brauchen. Spielt bei dir die Zucht auch eine Rolle, was die Wolle angeht? Ja, man schaut natürlich schon auch, dass das Tier, wo man nachzüchtet, dass er eine schöne Wolle hat. Und welche Rasse hast du hauptsächlich? Hauptsächlich das weiße Alpenschnapp. Weil das ist berggängig, ist ein Herdetier, da kann der Hirte auch einmal einpfeifen, da sammeln sich die Tiere ziemlich, ohne dass er hochlaufen muss und sie zusammentreiben muss. Jetzt bist du ja passionierter Skiturngeher und die Schafhaltung hier in eurem Gebiet spielt auch eine relativ große Rolle beim Lawinenschutz. Das stimmt. Kannst du da was dazu sagen? Ja, aber wenn ich zum Beispiel gerade so einen Hang, wo vielleicht viel Gras hat, das wird sauber abgeweidet, dann, wenn der Schnee drauf hält, klebt der Schnee nicht am Heu. Und dann reisst, sonst wenn der Schnee dann nass und schwer kommt, reisst er dann nicht nur die Erde mit. Also wenn das Gras lang wäre, könnte sich der Schnee da besser halten und dann, wenn die Grundlawine abgeht, dann reisst das ganze Gras. Wenn der Schnee dann nass und schwer, dann nimmst du dann nachher die Erde noch mit. Genau. Und ich sehe eigentlich für den Boden, wenn das immer regelmässig geweidet, es entsteht eine bessere Grasnarbe und ist auch viel beständiger, dass es nicht Erosionen gibt oder so. Und die Vielfalt der Pflanzen, die auf den beweideten Stellen wachsen, die ist auch höher als auf unbeweideten Pflanzen weiden, nehme ich an. Ja, ich denke, dass für eine Vielfalt von Pflanzen, muss man das beweiden, weil wenn das bleibt, dann glaube ich nicht, dass das so gut entwickelt. Und ich habe auf meiner Alp, Kunera, habe ich die Biodiversität machen lassen, das heisst, jede 6 Quadratmeter muss es so und so viele Blumen drauf haben. Und ich habe dort gesehen, die beste Biodiversität war dort, wo eigentlich die Schafe am besten geweidet hatten. Da war die beste Biodiversität. Und da, das hat sogar die Leute, die das aufgenommen haben, gestaunt. Ich habe gesagt, da wird es kalt, die Schafe fressen das Kalt ab. Und da war die beste Biodiversität. Wahrscheinlich schmeckt das dann auch gut. Wahrscheinlich ist die Bodenbeschaffenheit natürlich auch gut dort. Vielleicht hat es dann besser Kalk oder weiß ich was. Wir sourcen unsere Wolle für Lavalan ja ausschließlich aus europäischen Ländern und aus der Schweiz, aus Norwegen, aus Schweden. Und das sind ja alles Länder mit sehr hohen Tierschutzrichtlinien. Wie sieht es da in der Schweiz aus? Welche Richtlinien musst du befolgen? Wie oft wirst du kontrolliert? Und so weiter. Ja, also ich mache ja den biologischen Landbau. Das ist, der Tierschutz ist da einbezogen. Ich, es wird, also jeder Schaft, ist es vorgeschrieben, wie viel Platz er braucht. Also jeder Schaft. Sowohl draußen, als auch im Stall? Draußen sowieso. Draußen braucht er viel Platz. Aber drinnen braucht jeder Schaft zwei Quadratmeter. Was wichtig ist, ich muss von der Helligkeit die Zeitung lesen können im Stall. Das ist vorgeschrieben. Und was ich, Tierschutz verlangt 13 Mal im Monat musst du die Tiere rauslassen eine Stunde. Bei mir, ich lasse sie jeden Tag raus. Minimum eine Stunde. Da kann ich auch schön einstreuen im Stall, dass es trocken ist. Ich kann die Warmen fühlen. Wenn sie reinkommen, ist das wie frisch. Boden aufgenommen mit der Bodenlupe. Wie häufig kommt dann dein Kontrolleur? Von welcher Behörde? Also das ist eigentlich vom Kanton. Kanton führt diese Kontrollen aus. Und ich habe jedes Jahr eine angemeldene Kontrolle. Aber ich weiss nie, wenn einmal eine unangemeldene Kontrolle. Und wenn einmal eine unangemeldene Kontrolle kommt, und du haltest nicht an dem, wo fortgeschrieben ist, dann gibt es ziemlich Puffer. Okay, also du denkst, es ist eigentlich fast ausgeschlossen, dass Tiere schlecht gehalten werden in der Schweiz oder Schafe schlecht gehalten werden? Also ja, ich muss sagen, also der Tierschutz oder die Bestimmungen sind sehr, sehr hoch in der Schweiz. Sehr, sehr hoch. Und auch nicht nur der Tierschutz, auch der Gewässerschutz. Also ich musste natürlich gerade vor zwei Jahren noch über 100.000 nur für den Gewässerschutz investieren. Das aus einem eigenen Portfolio. Der Kanton kommt, schau da, da rühnt ein bisschen Gülle weg, musst du machen. Du musst dir keine Köhlengrube, einen Mistkasten bauen, über 100.000 Franken. Ja, das wird verlangt heutzutage. Wenn du Tiere halten musst, musst du am Tierschutz, am Gewässerschutz und noch viele andere Sachen halten. Also es ist nicht einfach ein Betrieb zu allen Vorschriften gerecht werden. Das braucht viel. Die Schuhe haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Wie häufig schert ihr im Jahr eure Schafe? Also ich schere sie immer im Herbst und im Frühjahr. Aber es hat jetzt immer mehr Bauern, die nur im Herbst die Schafe scheren. Was ich finde, wir haben einen dabei bei uns, wenn wir auf Kavrein gehen, wenn es warm ist und so. Wir laufen hoch mit den Schafen. Da sieht man schon, dass die Schafe natürlich Frühjahr diesen Felz drauf haben, wo schon sehr warm für die Tiere. Ich finde, tiergerecht wäre zweimal im Jahr scheren. Das ist meine Meinung. Und die Hirtin sagt auch, wenn es heiß oben ist, die Schafe, die nicht geschoren sind, die liegen dann viel mehr als fressend. Weil die tragen auch viel Gewicht mit sich rum. Ja und sie haben natürlich auch ein bisschen wärmer als die anderen Schafe. Wie viel Kilogramm Wolle gibt es ein Schaf bei dir im Durchschnitt? Im Herbst haben sie ein bisschen mehr Wolle drauf. Wie viel sagen? So drei Kilo. Das ist ein grosses Schaf mit drei Kilo. Dreieinhalb, das ist ein grosses Schaf. Ja, vielen Dank Markus, dass du heute mit dabei warst. Hat sehr viel Spass gemacht, das wiederholen wir auf jeden Fall. Und wir besuchen dich ja noch in den nächsten Tagen in deinem Stall. Schauen wir uns das näher an. Vielen Dank Peter, dass ich mitdrücken konnte. Es ist immer interessant mit dir über die Wollverarbeitung zu reden. Und ja, weil du die Wolle so gut hinkriegst, habe ich eine warme Jacke. Das kann ich immer noch abschnitten, gell? Ja, das passt. Das passt. Das passt. Das passt.